Jo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Adventure Map Und heute ist nicht der Senfbomb, also der Jens dabei, sondern der Kili Sonic, den ihr vielleicht schon aus dem gefailten Terraria Let's Play kennt Jo Und wir spielen aufgrund eines Wunsches von einem Abonnenten, oder Abonnentinnen, es sind mehrere Und spielen wir diese Map hier, die Adventure Map, die haben die selber gebaut Und wir sollen Feedback liefern, springen wir mal runter Ich bleib oben Ne, du musst auch runter Scheiße Danke Also Jens und ich hatten auch schon mal angetestet hier und haben auch schon aufgenommen, aber Irgendwie war das ein bisschen fail Ja, wie Ich kann die Wieso kannst du die Toren öffnen? Weil ich OP bin und du nicht Fick dich Hier, warte, ich geb dir die Sache Oh ja, Sachen Und wir machen Musik Warte, ich hab deine Schuhe aufgenommen Meine Schuhe Na, ich muss gut sowas machen Er hat bei mir hier Minecraft wegen Windows 7 so scheiße leise gemacht Und mag ich es Aua, aua Bau das Bett ab, bau das Bett ab, bau das Bett ab Aua Bau das Bett ab Geht nicht Hilfe Aua Okay, ich verreck hier Ja, noch mehr Sachen Oh mein Gott Das ist die Musik des Grauens Verreckt, ey Mach mal die Sachen Oh Mann Ja, oh Mann Ich glaub, wir sollten ein bisschen was von den Betten hier abbauen, oder? Die oberen Ich glaub, wir mussten auch noch die Adventure Map auf links stellen, ne? Weil wir kommen erst mal mit Auf mit Mobs stellen Ich weiß nicht, ob wir das noch haben, weil die Wooden Room Map ist auch noch drauf Die haben auch noch nichts zu Ende gespielt Weil Peter nie Zeit hat Target Missed Ja, okay Äh, Woods One would do not break anything except ting light grey world Two Four Ah scheiße, second, ne? Play on normal Ja, genau Ähm, the third rule Use hex-strich-mords if you are a cheater Und story Use submarine bad down You have to escape Genau, so heißt auch die Map Ähm, denke ich mal, ich muss kurz nochmal auf normal stellen Kurze Pause So, back in action Wieder dabei Und dann gehen wir mal Oh, gleich wieder ein Lick am Anfang Hier durch die Tür Ja Ich kann die nicht öffnen Achso Oh ja, warte, ich geb die OP Okay Sorry Was, was, wenn ich durch die andere Tür gehe? Ach, ich gehe durch die andere Ich gehe durch die andere Achso Und ich kenne das ja schon hier Hier, trink das mal Wo? Was? Oh Kommen ja zwei verschiedene raus Trink der Schwäche Trink der Vergissung Was kommt denn da noch voraus? Oh, schade Das war's schon Boah, ein paar Trink der Schwäche Ein paar Trink der Vergiftung Also, warum nicht? Was ich jetzt nicht verstehe Ach, hier hinten war der Schalter, genau Ah Ja, so, jetzt können wir weiter Das ist anscheinend die Cafeteria Heute gibt's, ähm Frischen Fisch und Salat I So Das ist der frische Fisch Wofür brauchen wir das Gras? Ja, das soll ja Salat sein Ich nehme mal das Salat mit Und der frische Fisch Guck dir den mal an, wie frisch der ist Du nimmst ja auch den ganzen Salat mit über Du willst ja jetzt nicht den verdorbenen Fisch Gar nicht wirklich Ähm Ja, hier ist auch noch Salat und alles im Lager Ähm Warte mal Ah, warte doch auf mich Ich hör hier schon, nein Oder ist noch mehr Fleisch Du bist jetzt da Nichts So Was steht da? Ja, hey LP DLP Äh, das Penis, das noch ein Penis So Oh, denn denke ich mal Äh, wo ging's hier? Wo konnte da und da? Also ich bin schon da Hä, wo bist du jetzt da hochgekommen? Ach, durch das Ding, ja, ne? Durchs Bild Du willst einfach, das war mir gleich gedacht So, es ist dunkel Okay Äh Ach so Es ist dunkel Ach da, hier Ja, ich hab das nicht Äh Oh Mann Sorry Ja, und da haben wir auch schon ganz viele Mobs Äh Genau, das war nämlich das Oh ja, ich kann mich noch dran erinnern Jens hat ganz schön Plötchen geschoben Nämlich Und zwar War das so Dass Creeper Dass ein Creeper da auf so einer Ebene stand Wo wir hin mussten Und Haben die ganze Zeit gefehlt Oh, Alter, ich seh deinen Namen nicht mehr So Da gehst Aua Hihihi Au Hab's geparkt Das ist einfach Du musst einfach nur zweimal springen Die Tränke, die Tränke müssen gerettet werden Oh nein Ah, nein Geh doch aus dem Feuer raus Nein Ich bin so doof, ey Äh Oh mein Gott Renn schon mal weiter, du Spackung Nein, ich warte schon auf dich Zum Glück bin ich OP, sonst werde ich hier wieder mal nicht weitergekommen T ます TÜT TÜT Genürt Und den вообще Prozent 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 ist so denn zum Bild zum Bild zum Bild ich sag zum Bild zum Bild das Bild hoch hoch und den Bolzhoff mal und das ist hier mit mit dieser an diesen Rohaufnahmen von Kretzmann der Verliebungen weiter wie das mit den anderen was er jetzt zu erzeugen wir vergessen es ist der Tisch Springen soll und bin wieder auf die Fresse geflogen. Hurra. So. Jetzt verhe ich sie wieder hier. Sim, 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 Karte. Übrigens habe ich die Tränke verbrannt. Nein, die wollte ich behalten. Na geil. Man, alles voll die vergifteten Tränke. Okay, wie tue ich denn das jetzt? Ich habe dir keine Rüstung genommen. Schneller, du musst rennen. Ja, aber dann fliege ich runter. Schlägt so, muss ich fix gehen. Die macht mir das Feuer einfach aus. Nö. Das ist cheating. Das ist doch kein cheating, linke Maus. Boah, das ist doch. Ja, ja. Und, 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 und. Und, und, ja, mit einem halben Herz überlebt. Dann kann ich jetzt nicht gleich nochmal anders. Und, ja, kriegt man da Schaden. Jetzt, was, ich bleib kurz stehen. So, jetzt. Ja, er hat's gefragt. Ich sehe nichts. Wo sind wir eigentlich jetzt? Jetzt, ich bin mir immer. Läuft. Yeah, ja. Hypi, 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 hypi. Da geht der nicht so gut. So, umarmendlich. Oh, der geht nicht so gut. Oh, 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 oh. Du hast mich geschlagen. Da war es jetzt voll. Welt und kommt um die Opus zu erinnern Maschinen Aau wow hier sind Türen die ins Nichts führen ja ähm Starge Engine ach das war die Geschichte ey die die habe gerade noch so gepackt weil aua weil die auch übelst schwer ist weil es einfach so schnell geht und danach kommt einer des Dings glaube ich und das ist übelst schwer ich habe gar nicht gemerkt dass sich gebrannt hat das hat sowieso äh ok so dann kann ich ja wieder mal los also ich bin oben habt ihr überhaupt hier mal ein bisschen Speicherpunkte gesetzt? ja haben die nicht nur da vorne aber jetzt bin ich in dem Raum der so übelst kacke war ja ist doch schwul warum setzen die keine Speicherpunkte? ich bin mir jetzt rotten Flash mit hier doch nicht kurz mal neu Hinsatz zum komm das pack so hab ich irgendwie das letzte Mal hatten wir das für mich auch auf und und ja also hm der hat sich schon so eine Sache sagen wir es so wenn du anfangs das so hast ja Kumpels haben Minecraft nicht die wollen mit die zocken ne holt's mal schnell der Hamachi ist klar ne ja aber ähm ich meine ab da wo es so ist ja die können sich das doch endlich mal kaufen ne ähm denn sollen die verflixten Typen sich das kaufen so jetzt häng ich an der gleichen Stelle wie vorhin hier dann ging doch ein hier auch einfach früher wir haben wir haben wir haben ich sehe hier auch nichts war mal ich muss auch kurz auf feststellen ich mache schon mal ein bisschen weiter macht es macht es naja jetzt sieht man was hier und zwar hier Leute diese Stelle die ist doch niemals zu packen hier das geht doch nicht hier auf diesem Block den einen Block komme ich nie drauf hey Leute wie soll ich nie rüberkommen das hängt bei mir hier alles wo na komm doch mal her zurück achso oh das ist wahrscheinlich passiert weil ich hier aktiviert habe müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren tu nochmal den Schalter drücken geht nicht mehr jetzt geht gar nix mein Gott dann bauen wir einfach mal den Eisen doch hier noch ganz hoch ja Fahrstuhl Musik da noch Papa Papa da da war da war und da war da 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 ja 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 Boah Junge wie heißt es noch nicht IP sondern ID ID Liste so fressen äh hallo äh umlägt er hier nichts warum bellt mein Hund die ganze Zeit verstehe meine Familie nicht die steht bestimmt wieder vor der Tür wo meine Schwester ist zu faul aufzustehen und diese scheiß Tür aufzumachen mit hundertprozentiger Sicherheit und und äh hier wo 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 ist stapelbar sim 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 ID hier steht gar nichts mehr von ID Alter nein du musst einfach mal bei Google Minecraft for Minecraft Vicky ID meine Minecraft Wicky 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 item ID item ID da da schon wissen was hier ähm ja warte wo ist fleischendreck fleischendreck das ist das denn Buch Buch